Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardware-Ecke. Ihr könnt euch schon sehen, ich habe mich ganz klein in die Ecke unten gesetzt, um euch heute was zu zeigen. Und zwar hat der liebe Matsche mich darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Notebooks billiger die RTX 4080 Superkarten schon gelistet gibt. Die kommen ja erst nächste Woche raus. Am Dienstag wird es sehr wahrscheinlich Tests dazu geben, bzw. es wird Tests dazu geben. Ich habe ja keinen NDA oder so unterschrieben, deswegen kann ich das auch so sagen und ihr wisst es sicherlich auch schon. Genau, und am Mittwoch wird es die Karten anzukaufen geben. Die 4070 Super gibt es ja schon zu kaufen. Überlege ich mir gerade zu kaufen. Und zwar, wenn ich mir sie hole, dann wird es bei mir die Dual, aber in weiß. Ich denke mal, dass es die wird. Und die 4070 Ti Super gibt es ja auch schon zu kaufen. Seht ihr ja hier. Wenn wir das Ganze mal hier auflisten, machen wir dann nach Preis, dann sehen wir auch, wo die Preise liegen. Wie ihr seht, die Karten sind auch schon gelistet. Hätte ich auch überlegt, mir zu kaufen. Ich brauche aktuell aber nicht die Leistung. Und ich möchte schon mal ein bisschen sparen auf die RTX 50 Karten. Die sind ja auch nicht mehr so weit vom Horizont entfernt, würde ich mal behaupten. Und was ihr hier auch sehen könnt, ist, dass die RTX 4080 Super schon gelistet ist. Und was machen wir jetzt? Wir gucken uns mal an, wo die Preise liegen. Wir vergleichen das Ganze auch mal mit den Preisen zur ganz normalen 4080. Dazu gehen wir einmal hier auf 4080 und sagen übernehmen. Wir sortieren natürlich nach günstigsten Preis. Die Preise werden jetzt sicherlich auch noch fallen, weil die 4070 Ti super ja auch nah dran ist. Und dementsprechend viele wahrscheinlich eher zur günstigen Karte greifen. Aber gut. Ihr seht schon, die günstigste 4080 ist aktuell bei 1169 Euro. Das ist hier in dem Fall eine Trinity von Zotec. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo liegt denn die 4080 Super bei 1169 Euro. Das heißt, sie ist gute 60 Euro günstiger. Ist übrigens auch dieselbe Karte. Nur einmal eine Super, einmal nicht eine Super. Und damit sieht man schon, es wird definitiv günstiger. Aber man bekommt mehr Leistung fürs Geld. Was haben wir dann noch gelistet? Wir haben die ENO 3D, die Super X3. Die X2 wird es sicherlich nicht geben, weil sie dann zu warm wird. Vor allem der Speicher. Die WinForce V2. Dann haben wir die normale WinForce. Dann die schöne TUF Gaming. Die kennen wir auch, obwohl das Gaming wird sich hier gespart. Na gut, bei dem Namen Asus TUF GeForce RTX 4080 Super. Grafikkarte. Gut, das Grafikkarte ist im Namen ja nicht enthalten. Aber, naja. Wenn man es sich hier auf der englischen OVP anschaut, heißt es Graphics Card. Das haben sie jetzt nur auf Deutsch übersetzt. Weil der Name ist schon wirklich echt lang. Naja, gut. Darum soll es aber auch nicht gehen. Dann haben wir von Palit noch eine Karte. Von Zotac. Also es gibt schon einige, die gelistet sind. Die teureren Karten sollten ja klar sein. AOG. Übrigens ist auch schon eine gelistet mit IO. Ach, nicht mit IO. Entschuldigt. Es ist schon spät. Und nach Feierabend. Die Eichel. Und den Preis finde ich wirklich gut, muss ich sagen. 1219 Euro. Ja, es ist ein bisschen teurer. Wie die anderen Karten. Aber man hat einen Block noch dabei. Hat auf jeden Fall Garantie. Muss nicht darauf hoffen, dass der Hersteller Garantie auf den Kühlerwechsel gibt. Also schon mal gut. Ich würde tendenziell auch eher zu der Karte greifen. Es ist zur Taf Super OC. Generell die Taf Super OC. Also generell die OC Version, muss ich besser formulieren, würde ich mir nicht kaufen. Das lohnt sich einfach nicht. Klar, wenn die andere nicht mehr verfügbar ist, dann ja. Aber schaut mal 1250 Euro im Vergleich zu 1109. Also so viel schneller ist die nicht, dass es das wert wäre. Dann haben wir die Aorus M, die Supreme X und natürlich ganz unten am teuersten die AOG. Aber wenn wir mal gucken, was die AOG gekostet hat. Also die Strix. Na, die haben die nicht gelistet. Okay. Ihr seht aber dann auch nochmal, was die Frostbite eigentlich kostet. Zumindest die 4080. Ist schon eine ganze Ecke teurer, muss man sagen. Ganz, ganz klar. Also, sehr cool, dass es schon mal gelistet ist. Es wird natürlich den einen oder anderen Shop geben, wo das Ganze sicherlich nochmal etwas günstiger ist. Aber immerhin. Und was so die Leistung angeht, also beziehungsweise die Kühlung und die Lautstärke. Ihr könnt euch ja im Prinzip jetzt schon die 4080 Tests anschauen. Rechnet nochmal ein paar Watt drauf, beziehungsweise 20 Watt in dem Fall. Je nachdem, welche Karte, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann kann man schon einordnen, wo landet das Ganze. Es ist ja keine Unbekannte, die da auf uns zukommt. Die Karten sind ja überwiegend baugleich. Es ist halt nur ein anderer Chip drauf. Und dementsprechend sollte man da ziemlich gut wissen, was da am Ende bei rumkommt. Wie gesagt, ich tendenziell würde zur Frostbite tendieren, wenn ihr denn schon einen Kühlkreislauf habt. Also eine Custom-Wasser-Kühlung. Ansonsten, zur Taff ist immer gut. Außer, naja, die hat Spulenfiepen. Sollte ja bekannt sein von den Asus-Karten. Kommt auch auf die Kombination mit dem Netzteil an. Sonst, ja gut, die MSI-Karten kann man sicherlich auch nehmen. Die Sotec auch. Aber ich tendiere da eher zur Taff. Man hat da auf jeden Fall was in der Hand. So kann man es sagen. Gut, die AOSM vielleicht auch noch. Aber mir wäre es der Aufpreis irgendwo nicht wert, muss ich sagen. Ich denke, die Taff ist das beste Produkt, preis-leistungsmäßig. Aber ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das soll es auch schon für das kurze und spontane Video gewesen sein. Das nächste Video kommt am Wochenende, dann vom Roy. Und danach die Woche wieder von mir. Dann gibt es nämlich ein Video zum OC mit einem 14600K. Darauf könnt ihr auch schon gespannt sein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.